hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen hogwarts mystery update und ja ich habe meine kappe zu hause vergessen aber dafür gibt es endlich ein intro noch nicht so ganz wie ich mir das gewünscht und vorgestellt habe aber es ist zumindest schon mal da und ich wollte schon sehr lange auch ein intro für dieses format hier erstellen aktuell waren ja nur ausschnitte aus dem quidditch update drin das möchte ich dann mit der zeit ersetzen und ergänzen und erweitern dass ich irgendwann ein richtig tolles intro habe mit verschiedenen szenen aus hogwarts mystery und mal schauen wie lange das dauert und wie das dann am ende aussehen wird aber jetzt erst mal zu den updates im spiel und da haben wir seit gestern ein neues kapitel und zwar das kapitel 9 des sechsten schuljahres ist gestartet es geht weiter mit der geschichte wir sind weiter auf der suche nach rake pick und falls ihr euch nicht mehr ganz erinnerte wie denn das vergangene kapitel ausgegangen ist was da passiert ist es sind inzwischen immerhin schon zwei wochen vergangen dann schaut doch gerne in mein let's play rein da habe ich euch das ganze kapitel zusammengefasst und da könnt ihr noch mal schauen was denn da passiert ist also das neunte kapitel geht weiter ich weiß leider noch nicht ob nur ein kapitel freigeschaltet wurde oder vielleicht sogar zwei wenn ihr das wisst dann schreibt es gerne in die kommentare und gestern ging ja das vergangene kachel event zu ende wo lord knips nicht so ganz toll abgeschnitten hat aber das nächste event steht vor der türe ein hausehre event bei dem es ein richtig cooles outfit zu gewinnen gibt und zwar das bahnfahrer outfit aus dem hogwarts express mit so einer tollen kappe und gerade lord knips mit dem schneuzer und der sonnenbrille das sieht einfach genial aus und da werde ich mich reinhängen das muss ich gewinnen und euch sage ich natürlich dann am ende bescheid wie denn das event bei mir ausgegangen ist und dann gibt es aktuell ein wirklich wirklich süßes angebot im in game shop und zwar ich will gar nicht drauf gucken wie süß der hund aussieht mit dieser decke in den slytherin farben und ich blätter einmal weiter und dann seht ihr es schon 26 euro 99 für android ich will gar nicht wissen was das für ios kostet und was das in der schweiz kostet also wieder ein lächerlich übertriebener preis und ja so geht es mir eigentlich immer ich sehe dieses angebot ich sehe diesen teaser und denke mir auch hier und dann sehe ich den preis und denke mir auch nur ja es gibt aber noch zwei blaue bücher dazu vier rote bücher und 600 diamanten aber ein angebot ist gar nicht mal so schlecht hier das recht in der liste immerhin vier rote bücher zwei braune bücher 75 diamanten dann noch eine ordentliche handvoll futter für 3 euro 99 also das ist mal wieder so ein angebot wo man sagen kann okay könnte man sich holen damit könnte man james city ein wenig unterstützen eure meinung dazu immer gerne in die kommentare dann erinnert ihr euch vermutlich noch an meine ja wie lange war es denn sechs wöchige hogwarts mystery pause und genau in dieser zeit habe ich eine nebenquest verpasst wo ich mich wirklich geärgert habe zum einen haben wir ewigkeiten darauf gewartet und zum anderen habe ich gehört dass sie richtig richtig cool war und zwar ein neues abenteuer erstes date eine riesen quest line um unsere erste verabredung und ja wie gesagt ich habe viel dazu gelesen ich habe viel dazu gesehen und jetzt endlich ist die nebenquest bei mir dann ein zweites mal gestartet und ich kann sie auch endlich zocken und kann meiner herz dame beziehungsweise lord knipps herz dame dann endlich sagen was ich für sie empfinde und ich werde euch bilder davon zeigen es wird großartig dann das wissen vielleicht auch viele von euch ich bin nicht gerade so der fan des duellier clubs von der aktuellen umsetzung davon wie das abläuft was wir da zu tun haben aber ich hatte gestern abend das duell meines lebens und man erkennt vielleicht schon am screenshot das ist ziemlich knapp wurde also es lief ungefähr so ab ihr fragt euch vielleicht gerade warum ich euch das überhaupt erzähle es war so dramatisch dass ich das einfach noch mal hier wieder geben muss und euch erzählen muss was da bitte los war so ein duell die ersten drei runden ja drei oder vier habe ich verloren und war dann ungefähr auf diesem millimeter lebensenergie und dann ging es los vier oder fünf runden ein unentschieden nach dem anderen mein gegner schien irgendwie das ding nicht nach hause bringen zu wollen und ich dachte schon und dann eine runde gewonnen eine zweite runde gewonnen eine dritte runde gewonnen und so langsam wurde es knapp und dann habe ich wirklich noch ein viertes mal gewonnen und ihr seht es dann mit 15 energie die ich meinem gegner abziehen konnte habe ich das ding dann doch noch gewonnen so mega knapp wie bisher noch nicht dass ihr ihr seht es ein millimeter lebensenergie und das wollte ich euch einfach mal mitteilen und jetzt kommen wir zu einer sache auf die ich mich schon riesig freue ein riesen event das vermutlich schon bald in hogwarts mystery anstehen wird zum halloween und es war klar dass da was tolles kommen wird und es gibt einige spoiler einige sachen wurden im quellcode gefunden unter anderem folgendes icon das spiel wird also zu halloween mal wieder ein neues spiel icon bekommen aber es gibt noch mehr und zwar seht ihr hier einen screenshot aus dem ingame kleiderschrank wo wir ja seit neuestem mit dem quillage update eingeführt auch gesichtsbemalungen an unserem charakter ändern können und unten rechts seht ihr etwas das nicht so ganz nach quillage aussieht sondern eher nach halloween kostüm ein gleiches gesicht schwarze lippen tief schwarz geschminkte augen erinnert ein bisschen an den joker zumindest vom oberen teil her sieht sehr cool aus aber das ist nicht alles sondern es wird auch folgende sehr geniale outfits geben mit sicherheit in einem event links für die herren rechts für die damen und gerade die damen noch mit ihren langen roten haaren sieht mega cool aus ich zeige euch die beiden auch gerade noch mal in ein wenig größer die sind wirklich sehr detailliert gestaltet sehen toll aus wirklich super kostüme und lord knipps muss das haben das herren outfit sieht schon ein bisschen aus wie so eine alte vermoderte mönskutte gefällt mir super gut mit dieser kapuze einfach genial aber was sagt ihr dazu was sagt ihr zum halloween update was sagt ihr zu dieser geilen geschminkten frau zu diesen coolen kostümen und habt ihr bock auf ein halloween kostüm schreibt das alles gerne in die kommentare und wie gesagt ich freue mich drauf ich finde diese events immer klasse und halloween ist ja auch eine sache die wir auf jeden fall groß in hogwarts feiern müssen und damit sind wir dann auch schon am ende angekommen am ende meines dieswöchigen hogwarts mystery updates und ich sage wie immer vielen dank fürs zuschauen und gerne dann bis zum nächsten mal und da bis zum nächsten mal dampf Vielen Dank.